Hallo Freunde der Spiekultur und willkommen zurück bei Schlacht um Mitteleerde. Wo die Gemeinschaft... ...drohen die Flammen des Krieges Rohan zu verzehren. Nicht ganz. Denn Rohan wird auf jeden Fall siegen. Hm. Hm. Merry und Pippin werden da gerade weggeholt. Aragorn sind denn jetzt auf den Fersen, um sie zu retten. Während Frodo und Sam weiter auf dem Weg nach Mordor sind zum Schwarzen Tor. Oh, da oben sind böse Menschen. Rünarmee. Citril Ungul. Da kommen ja auch Frodo noch vorbei. Baradur. Armee Gondors mit Faramir. Armee Gondors. Ach so, hier ähm... Osgiliath. Minas Tirith. Ah. Ah, was machen wir jetzt? West Emmet oder östliches Rohan? Wir machen erst östliches Rohan. Holen wir uns eine Spezialfähigkeit. Hör ich die Reiterei, glaube ich, verstärkt in der letzten Mission. Können wir jetzt einfach durchrennen. Auf dem hochbaren Rassland an der Ostgrenze Rohans gibt es unzählige kleinere und größere Gehöfte. Ein schönes Gehöft. Bloß nicht zu kurz spielig. Wer sieht alle Truppen Isengard? Äh, das habe ich vor. Rohan darf nicht untergehen. Wir reiten. Beeilen wir uns. Bonus, rette alle Flüchtlinge Rohans. Bonus, bau sechs Gehöfte. Steigt mit Eomi ein Level auf. Verteidigt dieses Land! Das hört sich alles für mich sehr realistisch an. Verteidigt dieses Land! Wir haben ein neues Gehöft. Wir haben ein neues Gehöft. Rechen der Rittermarkt! Furcht allen Feinden! Unsere Truppen werden angeklappt. Verteidigt dieses Land! Folgt mir! Verteidigt dieses Land! Dies ist unsere Stunde! Unser Land versinkt im Schatten! Wir haben ein neues Gehöft. Hallo? Warum haben die zwei überlebt? Wir reiten! Ja! Beeilen wir uns! Das Gehöft ist her. Habt Dank, Herr Iomer. Wir reiten! Ihr müsst mir nicht danken. Ich mache nur meinen Job. Verteidigt dieses Land! Reiter der Markt! Ach, was für eine fröhliche Musik! Lala! Lalalala! Verteidigt dieses Land! Ja! Ja! Los! Rohan darf nicht untergehen! Ja! Abscheuliche Kreaturen! Sag uns du! Da kann man ein bisschen EP sammeln. Wir reiten! Los! Lauf da einfach mal drum rum! Verteidigt dieses Land! Sie haben uns schon so lange verspottet! Sag das zu! Wir haben ein neues Gehöft! Aber es gehören jetzt nicht mal in Kampftruppen! Das hätte ich gar nicht gebraucht! Ups! Jetzt habe ich eher gedrückt, ne? Ja, können wir wieder abreißen. Ich wollte doch mit F ein weiteres Gehöft bauen. Wir müssen unser Land verteidigen! Wir reiten! Ja! Hier haben wir nochmal ein Menschenlager, aber hier ist nichts. Wir helfen euch! Wir sind da! Verteidigt dieses Land! Ja! Wir reiten! Lauft! Wir reiten! Verteidigt dieses Land! Verteidigt dieses Land! Komm durch da! Folgt mir! Wir reiten! Vorwärts! Beeilen wir uns! So, das sollte genug Hilfe gewesen sein. Gern geschehen! Ich dachte auch nicht, dass ihr überleben würdet. Oh, die Karte ist aber nicht sehr groß. Guck mal, ist hier noch irgendwas? Wir haben alle Flüchtlinge schon gerettet. Wir haben sechs Gehöfte schon gebaut. Eomir muss noch ein Level aufsteigen. Dann haben wir schon die Bonusgeschichten von dem Lager abgeschlossen. Beziehungsweise von der Missionskarte. So, Vorposten bauen. Dann können wir hier die Reiterei bauen. Ein Brunnen. Lass uns Orks jagen! Hm, Rohr anstelle. Den Brunnen. Die Starte brauchen wir nicht, weil wir eh nicht in Verteidigungssituationen kommen. Die Rüstkammer. Lass uns Orks jagen! Unser Volk braucht uns! Bewaffnet euch mit Schwert und Schild! Wir tun, was in unserer Macht steht! Yeah! Wir haben Schwert und Schild! Lass die Aufnung liegen, Leute! Und wir können Gebäude reparieren. Wir sind ein Startes Volk! Johan darf nicht untergehen! Bleibt wachsam! Reiter der Markt! Das muss der Feind sein! Dies ist unsere Stunde! Das ist der Feind! Gehallen wir uns! Eomir! Greife die Eurogeistern! Folgt mir! Nutze mal deinen Pfeil! Beziehungsweise deinen Speer. Der genauer einen tötet, aber einen Ork aufschließen kann. Wir sehen eh, Eomir hat eh nicht viele Fähigkeiten auf dem Pferd. Das Einzige ist, er ist eine Gelddruckmaschine. Verdammt, Glanzen! Vereilen wir uns! Folgt mir! Ja! Los! Folgt mir! Ja! Vereilen wir uns! Und Waagreiter! Angriff! Weiter, weiter! Wir sind ein starkes Volk! Zieht euch zurück! Folgt mir! Vereilen wir uns! Aber! Vorwärts! Nicht, da ich sowas nicht schon mal erlebt hätte. Vereilen wir uns! Deshalb weiß ich, da ich die Lanzen auf jeden Fall auch so ausschalten kann. Wenn ich direkt wieder meine Truppen heile. Attacke! Vorwärts! Ah, verdammt! Boah, das war aber auch mal anders, ey. Da müssen wir die Bauern benutzen. Komm rein da. Nein, warum greifen wir meine Reiter an? Weg da! Verteidigt dieses Land! Ich habe eine Reiter-Truppe verloren. Aber ich habe hier die dämliche Statue gebaut. Verdammt! Bleibt wachsam! Roh Hirim! Vereilen wir uns! Wir müssen alle kämpfen! Genau, greift da mal sinnlos die Dinger an. Und hier wollen wir jetzt bitte eine Stallung bauen. Dies ist unsere Stunde! Los! Wir werden angegriffen! Vereilen wir uns! So, damals hat Eomir sein Level bekommen. Das Bau ist erstmal ein bisschen bis ein neuer Lanzenträger kommt, der mich angreifen würde. Die geschmiedenden Klingen sind fertig. Dies ist unsere Stunde. Macht euch kampfbereit! Na, wo seid ihr denn? Vorwärts! Wir können die Stallungen jetzt nutzen. Vorwärts! Wir reiten! Folgt mir! Vorwärts! Wir reiten! Unser Land wird belagert! So, die nächsten Ausscheiden da unten. Vorwärts! Unser Land wird belagert! Los! Vorwärts! Menschen der Rittermarkt! Vereilen wir uns! So, erst die Bogenschützen überrennen. Folgt mir! Los! So, und jetzt überrennt genau die. Die schwere Rüstung ist fertig. Wir tun, was in unserer Macht steht. Kommt, Leute! Bleibt zusammen! Kommt vorwärts, Bauern! Sie brauchen uns hier! Reiter der Markt! Los! Wir müssen Reiter der Markt! Unsere Truppen werden angegriffen! Kennen Sie gut ihr könnt! Mit besser Rüstung und alles seid ihr jetzt eh überlegen. Gegenüber den Urukais. Es geht los! Komm, den nächsten Ausscheiden. Unser Land sieht er uns nicht überwältigen! Dann seid ihr nämlich Truppe 3. Das neue Upgrade ist bereit! Zu mir! Zu mir! Macht euch Kampfbereit! Soll er doch kommen! Vorwärts! Lasst uns ausjagen! Ja! Ach du Kacke! Wir reiten! Unsere Festung wird angegriffen! Wir sind ein starkes Volk! Sie haben angegriffen! Reiter der Markt! Kommt da mal mit einem Haufen Scheiß hier an! Unser Volk braucht uns! Sammelt euch im Lager! Haltet die Augen offen! Wir reiten! Los! Vorwärts! Vorwärts! Wir reiten! Folgt mir! Vorwärts! Bringt wenigstens einen Haufen Kohle! Geilen wir uns! Menschen der Rittermacht! Los! Lasst die Hoffnung nicht fahren! Wir sind ein starkes Volk! Kommt da mit euren Lanzenträgern! Wir feindet unter uns Männer! Wir sind hier an unser Land zu schützen! Reihe neu bilden! Beeilen wir uns! Folgt mir! Wir reiten! Vorwärts! Aber keine Macht den Urukais! Sammelt euch im Lager! Reit sie zurück! Wir haben ein neues Gehöft! Haltet die Augen offen! Die Schlacht wartet! Reitet! Ja! Ja! Dann können wir Truppe 1 und Truppe 2 mal darunter schicken! Ja, guck ruhig mit deinem Auge! Sind da irgendwelche vernünftigen Gegner? Dann können wir mit einem durchrennen! Verteidigt dieses Land! Wir sind bereit zu werden! Verteidigt dieses Land! Verteidigt dieses Land! Ja! Vorwärts! Folgt mir! Komm, komm, komm! Wir reiten! Er hat doch keine Chance gegen uns! Vorwärts! Sie greifen an! Wir reiten! Wir reiten! Wir reiten! Beeilen wir uns! Beeilen wir uns! Beeilen wir uns! Wir reiten! Verteidigt dieses Land! Weg, 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 weg! Bleibt wachsam! Dies ist unsere Stunde! Bestraft alle Feinde Rohrharz! Ja! Feuert! Wir haben hier auch gehalten! Reifen Sie zurück! 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 Reiter der Mann! Bleibt wachsam! Komm! Bogen! Sie haben angegriffen! Zurück! Angriff abbrechen! Er schießt Sie! Macht euch kampfbereit! Nicht angreifen! Macht euch kampfbereit! Wir reiten! Ja! Reibt Sie zurück! Wir nutzen alles als Waffe! Ach, wie ich das hasse! So gut ihr könnt! Wir müssen alle kämpfen! Macht euch kampfbereit! Rückzug! Sie haben uns schon so lange verspottet! Dies ist unsere Stunde! Rohan darf nicht untergehen! Die Schlacht wartet! Feindeschnitt Upgrade! Ach, das ist das! Dann habe ich genug Stärke, um auch die... Reiter der Mann! Ja! Macht euch kampfbereit! Beeilt euch um mich, meine Freunde! Kämpft so gut in Höhe! Komm, Angriff! Macht euch kampfbereit! Um auch die Lanzenträger anzugreifen! Sie greifen Sie an! So, schicken wir mal eben unsere Reiterei runter! Ja! Dann können wir mich mal eben hier heilen! Männer Rohan! Dies ist unsere Stunde! Rohan darf nicht untergehen! Ich trage das Banner Rohan! Ja! Die Schlacht! Und Warte! Sie sind hier! Rohan darf nicht untergehen! Schnell! Lasst uns Orks jagen! Genutzt alles als Waffe! Kommt, Leute! Reiter der Mann! Sie greifen an! Rohirin! Genau, gehen wir mal eben hier durch! Also langsam! Reitet! Auf, auf! Ja! Ja! Sprechen wir auf! Rohan darf nicht untergehen! Weg! Wir reiten! Feuert! Unser Land versinkt im Schatten! Vorwärts! Wir reiten! Ja! Beeilen wir uns! Beeilen wir uns! Ja! Vorwärts! Dies ist unsere Stunde! Die haben jetzt den Stichschaden! Schutz schon! Ja! Sie reiten! Wir werden hier jetzt mal Zeit, dass wir langsam die Lage auseinandernehmen! Beeilen wir uns! Vorwärts! Wachsam! Rohan darf nicht untergehen! Wartet! Vorsicht! Nicht, dass wir da vorne die Schützen verlieren! Komm, Angriff! Für den König! Holt eure Waffen! Menschen der Ritterloh! Fordert dieses Land zurück! Für den König! Geweckt da! Verdammt! Das ist unsere Stunde! Sowas Unnötiges! Wir reiten nieder mit euch, ihr Bestien! Nehmt ihre Flasche! Und das Ortsjagern! Rein, Kadamark! Wir müssen unser Land verteidigen! Ja! Folgt mir! Komm, weiter! Ja! Wir reiten in den Wind! Hier unten wird ein kleines Lager bestimmt sein! Verteidig dieses Land! Das muss der Feind sein! Oder hier unten ist das Hauptlager! Wir reiten! Beeilen wir uns! Wir reiten! Sie haben unser Volk! Mit zwei Produktionsstätten! Wir reiten! Das gehört sich! Wir reiten! Vorwärts! Ja! Wir reiten! Attacke! Fordert dieses Land zurück! Für den König! Komm weg von dem Ding! Andere Seite! Jagt sie aus diesem Land! Wir werden angegriffen! Zieht euch zurück! Oh! Das tut gerade alles so ein bisschen weh! Ich weiß! Könnt ihr viel besser überrennen schon! Lasst uns Orts jagen! Los! Die Arme! Verteidigt dieses Land! Komm, rennt einfach drüber! Kommt mir! Los! Mögen sie hier verfaulen! Angriff abbrechen! Die Schlacht wartet! Da sind gerade alle zu angeschlagen! Dann können wir lieber mal ein bisschen versuchen hier noch das ein oder andere Sägewerk von dem zu finden! Beeilten! 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 Der Feind hat bereits sein Lager aufgeschlagen! Sie haben uns schon zu lange verspottet! Attacke! Ha! Zurück! Reiter der Macht! Beeilten wir uns! Wir reiten! Tötet alles, was ihr findet! Reiter der Macht! Wir reiten! Reiter der Macht! Unser Vorposten wird angegriffen! Haltet die Augen auf, wachsam! Lasst die Hoffnung nicht fahren! Komm! Oh, da laufen schon wieder die Mistviecher rüber! Männer sind bereit zu kämpfen! Haltet die Augen offen! Reiter der Macht! Ja! Dies ist unsere Stunde! Verteidig dieses Land! Folgt mir! So, kommt her! Schön! Verteidig dieses Land! Ja, ja, der ist hier überall! Wir kümmern uns jetzt aber darum! Wir reiten! Unsere Feinde haben das Leben gesetzt! Beeilten wir uns! Und scheißt auf die Sperre! Sie haben angegriffen! Los! Ja! Rohirrim! Macht euch kampfbereit! Wir sind hier auf unserer Lande und schützen! Vorwärts! Treibt sie zurück! Ich trage das Banner Rohans! In ihre Flanke! Wir müssen unser Land verteilen! Ich trage das Banner Rohans! Warum hat das Blocken diesmal so wenig gebracht? Nämlich gar nichts! Wir tun, was in unserer Macht steht! Genau, und ihr lasst euch hier oben von den schönen Abschießen! Lasst uns Orks jagen! Rohan! Rohan darf nicht untergehen! Attacke! Los! Folgt mir! Der Feind! In Deckung, Männer! Vorwärts! Wir reiten! Beeilen wir uns! Mögen sie hier verfaulen! Wir tun, was in unserer Macht steht! Fürchtet sie nicht! Dies ist unsere Stimme! Mögen sie hier verfaulen! Beeilen wir uns! Komm weg da! Wir reiten! Los! Treibt sie zurück! Reiter der Mann! Mögen sie hier verfaulen! Wir tun, was in unserer Macht steht! Haltet die Augen offen! Der Feind ist unter uns, Männer! Haltet die Augen offen! Ach, verdammt! Das hätte ich noch machen müssen, ja! Rohan darf nicht untergehen! Männer Rohans! Genutzt alles als Waffe! Kommt, Leute! Wir rennen gleich einfach ins Lager rein! Ich trage das Banner Rohans! Lasst uns Orks jagen! Wir müssen unser Land verteidigen! Reiter der Mann! Dies ist unsere Stunde! Beeilen wir uns! Komm, Reiter! Dies ist unsere Stunde! Reiter der Mann! Haltet die Augen offen! Der Schießstand ist breit! Schießstand ist Stufe 2 und das erreiche ich dadurch, dass ich mehr Bogenschützen baue! Wir können keine weiteren Einheiten befehligen! Reiter der Mann! Männer Rohans! Lasst uns Orks jagen! Ist mir egal! Beeilen wir uns! Ab! Lager kaputt machen! Reiter der Mann! Reiter der Mann! Lasst die Hoffnung nicht fahren! Lasst die Hoffnung nicht fahren! Lasst die Hoffnung nicht fahren! Genau, jubelt meine Reiterei an! Die macht nämlich jetzt Feierabend! Die Schlacht wartet! Folgt mir! Holt eure Waffen! Reiter der Mann! Wir reiten Männer Rohans! Macht euch Kampfbereit! Wir reiten Männer Rohans! Menschen der Rittermann! Die Schlacht wartet! Holt eure Waffen! Die normalen Bogenschützenreiter werden jetzt auch reichen! Los! Haltet die Augen offen! Pfeile! Rohan darf nicht untergehen! Los! Sag, das du! Nieder mit euch hier bestieren! Der Feierabend ist unter uns, Männer! Späne! Weg! Wir reiten! Vorwärts! Feuert! Menschen der Rittermann! Wir reiten! Folgt mir! Sag, hast du! Nieder mit euch hier bestieren! Ja genau, lauft doch wieder links lang! Mögen sie hier verfaulen! Haltet die Augen oft! Folgt mir! Mögen sie hier verfaulen! Weg da! Mögen sie hier verfaulen! Komm, weg, weg, weg! Mutig voran! Der Feind ist unter uns, Männer! Haltet eure Stellungen! Schaut euch um mich! Nieder mit euch, ihr Bestien! Wann machen die denn so wenig Schaden? Komm, Feuer! Endlich! Wir müssen unser Land verteidigen! Das war's! Fordert dieses Land zurück! Für den König! Ich strafe alle! Hat mal ein bisschen länger gedauert! Ich hab mir aber ein bisschen Zeit gelassen, hab ich das Gefühl! Fordert dieses Land zurück! Für den König! Da fährt E.O. mir fast zwei Stufen abgegradet! Na, ich glaub, man muss drei Schützen, glaub ich, bauen. Oder zwei Schützen, um die Flammenpfeile zu kriegen. Dann gucken wir mal, ob wir Trick 17 hinkriegen. So ziehen wir die alle mal weg. Weil ich glaub, wenn E.O. mir Menschen, der Ritter macht! Das Ding kaputt macht, kriegt der automatischen Level ab. Das hat leider nicht ganz gepasst. Dies ist unsere Stunde! Jagt sie aus diesem Land! Äh, ja, wundervoll! Haltet eure Stellungen! Wir werden uns immer an diesem Tag erinnern! Unser Volk braucht uns! Haltet die Augen offen! Unser Land besinkt im Schatten! Oh, es gibt noch einen kleinen Nebenstützpunkt, ne? Der Feind ist hier! Schlagt Alarm! Macht euch Kampfbereit! Haltet die Augen offen! Wir müssen unser Land verteidigen! Oh, es sei doch nicht so! Urohann darf nicht untergehen! Holt eure Waffen! Haltet die Augen offen! Männer, Menschen, der Ritter macht! Gämmliche Urohkais, ey! Folgt mir! Holt eure Waffen! So, wir müssen mal einen absplitten! Ah ne, wir lassen die Bauern da hinlaufen! Macht euch Kampfbereit! Rohirin! Da hatten wir ja schon gehöpft hingesetzt! Bleibt wachsam! Oh, Hirin! Menschen, der Ritter, Augen offen! Rohan darf nicht untergehen! Wir sind ein starkes Volk! Ich glaube, es sollte es auch nicht mehr... Ich glaube, es ist nur das Sägewerk hier, oder? Verwärts in der Ritter! Lücken Sie hier verraulen! Gehört ist fertig! Lasst keinen am Leben! Wir reiten! Folgt mir! Haltet die Augen offen! Benutzt alles als Waffe! Kommt! Dies ist unsere Stunde! Ach, da unten sind Waagreiter! Die wissen auch nicht mehr, warum die hier rumstehen! Da unten ist der zweite Vorposten, ja, alles klar. Ja, 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 komm! Tod in Waagreitern, Angriff, da haben die... Das ist, glaube ich, für Belagerungsmaschinerie. Schöne! Dann sind ja noch mehr Waagreiter. Aber die sind mir gerade egal. Vor allem stehen sie einfach da und machen nichts. Lass das! Hör auf, ihr Blödsinn aufzubauen! Und... Feierabend! Hör auf, du! Ja! Vernichtet sie Augen offen! Ah, nee, doch nicht. Ich muss noch die Waagreiter ausschalten. Ach, doch, Feierabend. Wir können auch schön sehen... Du hörst sie wieder! Die Elben werden diesen ruhmreichen Tag besinnen. Wieso die Elben? Die Elben haben doch mit mir, Mensch, gar nichts zu tun. Hopp! Und das war's wieder von Let's Play Schlachtung mit Erde 1. Und ich sag schon mal, bis zum nächsten Mal, wenn's dasselbe wieder heißt, wie ich schon erwähnt hab. Bis dann, ciao! Bis zum nächsten Mal! Cheers! Beautifetz! Tschüss! Wir sind zusammen.